Mike, die neue Single ist draußen, Deja Vu. Wie brannte dir das unter den Nägeln, wie fühlt sich das an? Ich bin wirklich so fröhlich darüber. Ich finde es einfach so krass, dass es jetzt endlich draußen ist. Wir haben so lange daran gearbeitet. Wir waren jetzt so lange in Berlin und haben diesen Song aufgenommen. Ich habe in Berlin für eine Serie gedreht, da habe ich eine Hauptrolle bekommen bei Spotlight, Nickelodeon. Und da haben wir dann nachts noch irgendwie Musik gemacht, jeden Tag. Und dann sind wir zu diesem Song gekommen, zu Deja Vu und ich finde, der Song ist wirklich unglaublich geworden. Ich liebe ihn über alles. Du hast ihn selber wieder geschrieben. Erzähl vielleicht mal was über den Hintergrund. Findest du selber, dass du dich veränderst, auch vielleicht ein bisschen musikalisch? Wie waren die Videodreharbeiten? Quatsch einfach los. Also ich finde auf jeden Fall, dass ich mich musikalisch sehr weiterentwickelt habe. Ich habe den Song jetzt nicht komplett selber geschrieben. Ich habe da noch ein mega Team bei mir, was mir noch hilft, weil es ist für mich noch nicht ganz einfach, einen Song ganz alleine zu schreiben. Ich kann auf jeden Fall schon immer mehr, aber ich brauche noch eine kleine Hilfe dabei. Und bei dem Song war es einfach so, dass es für mich so immer war, als kleines Kind habe ich davon geträumt. Oh mein Gott, ich will irgendwann mal auf der Bühne stehen. Ich will irgendwann mal Musik machen. Ich will jeden Tag Musik machen. Ich will meine eigenen Songs aufnehmen. Und jetzt ist es einfach so und es ist für mich wie ein Déjà-vu, dass es einfach immer so passiert. So jeden Tag erinnere ich mich daran, wie ich als kleines Kind davon geträumt habe. Und jetzt passiert es einfach. Und dann haben wir uns gedacht, ja, lass uns so einen Song schreiben. Und natürlich sage ich da auch so die Meinung zu den Leuten, die gesagt haben, Maik, du wirst es niemals schaffen. Maik, warum machst du das? Bist du da auch ein bisschen jetzt trotzig oder ist das einfach ein gutes Gefühl, dieses Schaffen? Weil das ist ja schon eine enorme Leistung. Ich meine einerseits durch Social Media 1,5 Millionen Follower. Ein bisschen leichter ist es vielleicht. Sich selber auch bekannst du mal über YouTube. Auf der anderen Seite gibt es so viele, die das wollen. Und dann ist es natürlich wieder irre. Also ich finde einfach, wenn man das tut, was man liebt und das auch wirklich so zeigt, wie viel man da reinsteigt einfach. Wie ich sage, ich habe zu Hause jetzt auch ein kleines Home-Studio aufgebaut, wo ich einfach jeden Tag Musik mache. Dann glauben auch die Leute ein, dass man das auch wirklich liebt. Und ich finde, das muss einfach rüberkommen. Und es gibt ja jetzt aber auch tatsächlich Schattenseiten. Ich meine, kommt auch mehr oder weniger in fast jedem Interview aber auch zur Sprache. Aber es ist natürlich wirklich krass. Also zu wissen irgendwie, da kriegt man Morddrohungen und da gibt es auch einfach Neid und Hass. Wie gehst du damit um mit diesen Schattenseiten? Und wie sicher fühlst du dich? Hat sich irgendwas verändert jetzt seitdem? Also sicher fühle ich mich auf jeden Fall. Und ich finde einfach darüber, das sind so Menschen, ich kann die einfach nicht verstehen. Diese Menschen, die sowas schreiben oder überhaupt nur denken. Sowas muss einfach nicht sein. Und es kommt natürlich mit dazu, wenn man irgendwie etwas erreicht oder viele Leute erreichen tut, dass dann irgendwie Menschen so negativ denken. Ich kann das einfach gar nicht verstehen. Und natürlich haben wir da auch sehr, sehr viele Sachen jetzt gemacht, damit sowas nicht mehr passiert. Wir haben jetzt bei der Tour zum Beispiel sehr, sehr krasse Kontrollen, was man auch so machen muss auf jeden Fall. Und ich habe auch immer jemanden dabei, der ein bisschen auf mich aufpasst. Und sonst ist alles gut, ja. Also du fühlst dich sicher? Ich fühle mich sehr sicher, ja. Hast du denn auch aufgehört oder so? Also es kommen immer wieder solche Nachrichten. Ich glaube, dass es ganz, was heißt normal? Normal ist sowas nicht. Aber irgendwie gehört es dazu, dass es solche Leute einfach gibt. Aber denen darf man nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Ja, das stimmt allerdings. Sag mal, und jetzt nochmal wieder was ganz anderes. Ich sehe gerade Karma. Das Tattoo hattest du schon. Zeig das nochmal. Vielleicht drehst du es mal. Und das neue Tattoo? Genau. Das ist mein neues. Was heißt mein neues? Es sind ein paar neue. Ich weiß nicht, seit ich ein kleines Kind war, war es für mich irgendwie immer so, ich will unbedingt mal Tattoos haben. Und für mich hat auch jedes Tattoo eine krasse Bedeutung. Und ich will auch auf jeden Fall, wenn ich älter bin, immer weitermachen. Und ich liebe es einfach. Aber ganz durchtetowiert oder würdest du sagen, Gesicht bleibt frei? Also mein Gesicht bleibt auf jeden Fall frei. Ich weiß nicht, was ich so noch machen will. Aber erstmal reicht es auch so. Wann kam das erste Tattoo und da musste noch die Erlaubnis eingeholt werden? Genau. Beim ersten Tattoo war ich noch 16. Und da war auch mein Dad dabei und alles. Und bei dem war ich 17. Also vor ein paar Wochen erst gestochen. Und heißt Déjà-vu und neue Tournee. Wie ist das für dich auf Tournee jetzt zu gehen? Wie heiß bist du da? Und ja, wie ist dieses Rockstar-Leben? Ist das ein Rockstar-Leben? Also ich bin auf jeden Fall mega heiß darauf. Es ist jetzt schon der zweite Teil von der Karma-Tour. Der erste Teil war komplett ausverkauft. Und weil so viele keine Tickets bekommen haben, haben wir gedacht, okay, lass uns noch eine zweite Tour starten, die jetzt nächste Woche startet. Und ich freue mich schon so mega darauf, endlich wieder mit meiner Band zu sein, mit meiner ganzen Crew. Und wir haben einfach so viel Spaß auf Tour. Wir machen auch wirklich viel Blödsinn. Es ist wie auf Klassenfahrt ein kleines bisschen. Aber es macht so viel Spaß. Ich würde am liebsten das ganze Jahr einfach nur auf Tour sein. Du bist ja so ein bisschen auch gerne mal hier als der deutsche Justin Bieber. Ich weiß gar nicht, wie findest du das eigentlich, wenn das jemand sagt? Also ich finde es nicht schlimm, weil ich Justin Bieber selber feiere. Ich finde, der hat einen mega Style und macht mega gute Musik. Aber trotzdem mache ich was anderes. Ich bin Mike Singer und nicht Justin Bieber. Und es ist aber natürlich immer die Gefahr im Teenie-Alter, relativ jung, Sonnen-Mega-Hype. Den muss man natürlich erstmal psychisch verkraften. Und selbst ältere Leute drehen ab und an mal dann ja vielleicht durch, weil die Realitäten einfach ganz anders werden. Hast du da so ein bisschen, ja kümmert sich da auch dein Team? Oder ist dir das auch bewusst? Weil ich meine nicht nur Justin Bieber, da sind ja schon diverse mal ein bisschen durchgeknallt. Und ja, ich glaube, keiner will und du auch nicht, dass dir das passiert. Also ich kann dazu sagen, dass mein Team da mega darauf aufpasst und auch meine Familie. Meine Familie ist so immer mein Rückzugsort. Wenn ich mal Pause habe, bin ich immer bei meiner Familie, bei meiner Oma, bei meiner Tante, bei meinen Eltern, bei meinem kleinen Bruder. Und die ziehen mich so am Boden jedes Mal und das ist einfach mega toll, weil ich auch mit denen über ganz normale Sachen spreche, wo ich dann nicht immer nur Musik mache, sondern auch mit meiner Familie zum Beispiel in den Europapark gehe oder irgendwas unternehme, was normal ist. Traut sich eigentlich irgendjemand noch von deiner Familie, dich zu erziehen oder anzumeckern? Auf jeden Fall. Also ich bin einfach immer noch derselbe Mike, der sein Zimmer nie aufräumt. Da wird meine Mutter dann auch mal böse, wenn ich mein Zimmer nicht aufräume. Und mein Dad, der ist auch so, wenn ich mein Zimmer, also wirklich mit Zimmer aufräume. Ich weiß gar nicht, warum das so schlimm ist. Du bist nicht der Einzige. Du bist nicht allein. Okay. Du wirst jetzt 18 im Januar. Willst du dann ausziehen? Wie stellst du dir dein Erwachsenenleben vor? Also ich muss ehrlich sagen, ich will so lange wie möglich bei meiner Familie bleiben. Ich finde es einfach mega toll bei denen zu sein. Ich bin ja so viel unterwegs. Wenn ich dann mal zu Hause bin, ist das voll schön. Aber wenn ich 18 bin, das Erste, was ich mache, ist auf jeden Fall Autofahren. Ja. Und was für ein Auto kaufst du dir? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Mal schauen. Ich habe so ein paar Ideen, aber mal gucken. Du bist auf einmal irgendwie Nummer 1 Albumcharts gewesen. Wie war das Gefühl? Und vielleicht im Anschluss, irgendwie ist man unter Druck, dass das jetzt wieder eine Nummer 1 war? Also ich muss wirklich sagen, als ich erfahren habe, dass ich auf Platz 1 gechartet bin, das war so unglaublich. Wir waren gerade auf dem Weg zu einer Autogrammstunde im Auto. Und ich konnte einfach, ich musste so laut schreien. Das war so unfassbar für mich. Und mit dem nächsten Album, was am 19. Januar erscheint, natürlich will man am liebsten wieder auf Platz 1 starten. Aber für mich ist das Wichtigste einfach, dass die Leute merken, wie viel Mühe ich mir da gegeben habe mit meinem Team. Und was für Musik wir da gemacht haben. Aber natürlich wollen wir auch sehr, sehr viele Leute damit erreichen. Weil ich finde einfach, diese Musik, die wir gemacht haben, ist so krass geworden. Und ich hoffe einfach, dass die Leute das feiern werden. Alles klar. Und nicht, weil ich jetzt persönlich gerade so neugierig bin, aber ich glaube, die Mädels da draußen, die interessiert ist, bist du immer noch Single? Ich bin immer noch Single. Also ich weiß nicht. Ich bin gerade so viel unterwegs und ich weiß nicht, ob ich da Zeit für eine Freundin finden würde. Vielleicht. Also ich denke, es würde schon klappen. Aber jetzt gerade habe ich keine Freundin. Womit chillst du am liebsten? Was sind deine Hobbys? Was machst du außer Musik, Musik, Musik? Das nimmt dir eigentlich fast alles inzwischen ein. Aber gibt es noch irgendwas, was dir Spaß macht? Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist einfach mit meinen Freunden zu chillen. Einfach mit denen was essen zu gehen, ins Kino zu gehen. Da gehe ich sehr, sehr, sehr oft. Gestern war ich mit meinen Freunden im Kino, weil ich die auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Was hast du gesehen? Das ist so cool für mich. Es haben wir gesehen. So ein Horrorfilm. Das war echt krass. Okay. Alles klar. Hat mich auch sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Toi, toi, toi für die Tour. Ciao. Okay, gut. People. Okay. Jetzt ice Webb Eis kein König gut.